Was schenke ich ihr nur? Ein neues Bügeleisen? Eine neue Bratpfanne? Norman, du bist der Torhüter! Schon vergessen, du hütest das Tor! Oh, was? Oh, entschuldige Mandy! Was ist denn los? Och, meine Mom hat Geburtstag und ich möchte ihr was ganz Besonderes schenken. Wie wär's mit einer Karte? Ich sag dir doch was Besonderes, James. Ähm, und wie wär's mit einer Überraschungsparty? Das klingt schon viel besser. Aber es dauert doch Ewigkeiten, sowas zu planen. Aber nicht, wenn wir dir helfen. Ich könnte doch einen großen Kuchen backen. Und ich könnte Mom nach ihrem Partyzelt fragen. Das müssten wir nur noch aufbauen. Super! Ich bin dabei! Ich auch! Ich auch! Na dann mal los, an die Arbeit! James, du wirst meine Mom ablenken. Sorg dafür, dass sie nichts von dem Plan mitbekommt. Äh, okay! Das wird die allerbeste Überraschungsparty, die meine Mom jemals erlebt hat. Haha! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag... Guten Morgen, Dillis! Hast du heute Geburtstag? Ja, ganz genau! Gwendolyn hat mir schon einen Schaumsänger geschenkt. Hier! Faszinierend! Und, äh, was soll das sein? Herzlichen Glückwunsch, Mrs. Price! Oh, hallo, James! Nett, dass du daran gedacht hast. Ähm, haben Sie heute noch etwas vor? Nein. Oh, gut! Ähm, es wäre doch schön, wenn an Ihrem Geburtstag jemand im Laden hilft, oder? Oh, vielen Dank, James! Das wäre großartig! So, ein guter Junge! Ich verstehe allerdings nicht, weshalb Norman Ihnen heute nicht hilft. Ach, Sie kennen ja meine Norman! Immer zu beschäftigt! Zu beschäftigt, um an den Geburtstag seiner Mutter zu denken? Meiner Träume! Und du bist auch sicher, dass er groß genug wird? Ja, Norman! Ist der Teig nicht zu flüssig? Nein, nein, Norman! Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr hiervon! Was? Oh, was soll das denn jetzt? Sieh dir das an! Also, für einen Kuchen muss man auf jeden Fall Eier aufschlagen. Oder war das eher beim Omelette? Jetzt reicht's! Back doch selbst! Ich hab genug! Wenn der Geburtstag meiner Mom dir wirklich so egal ist, na dann geh doch! Mandy? Wohin so schnell? Ach, nur weg von dem blöden Norman! Äh, oh, äh... Ich wollte nur mal fragen, wann ich den Kuchen denn jetzt in den Ofen stellen soll. Der Kuchen ist jetzt zum Backen bereit. Also, wenn der Kuchen fertig ist, dann hol ich ihn für dich raus. Bin jetzt in der Werkstatt. Bis nachher dann! Ach, ein paar Stunden braucht der Kuchen sicher. Ähm, gut. Und jetzt werde ich mal sehen, wie weit Sarah schon gekommen ist. Hallo, Mandy! Sam hat mir Schnuffi ausgeliehen und ich will mit ihm auf die Wiese und da ein bisschen Schafehüten üben. Hast du Lust mitzukommen? Oh ja! Ich frage nur schnell, Mom! Hallo, Norman! Ah, bis später, Schatz! Ich fahre nur kurz nach Newtown, Holz abholen. Ist die Beifahrertür auch in Ordnung? Oder klemmt die immer noch? Ja, das muss noch warten. Ich kümmere mich nachher drum. Ich habe mir überlegt, dass ich gern Schäfer sein möchte, wenn ich groß bin. Darum habe ich Schnuffi extra ausgeliehen. Ich übe heute mit ihm Schafehüten. Schnuffi? Als Hirtenrund? Aber Menschenretten ist doch was ganz anderes als Schafehüten. Er kann das schon. Ich zeige es dir. Na los, Schnuffi. Du treibst jetzt ganz schnell Lämpchen und Wohli hinter dieser Absperrung. Lauf schon! Husch! Mach schon! Schafe treiben! Lauf hinter ihn her! So geht das! Ist ganz leicht! Schnuffi versteht davon doch keinen Ton. Du musst ihm Kommandos geben. Das mache ich ja, Mandy. Ähm, zusammentreiben, Schnuffi. Du weißt schon. Retten! Stopp! Nicht da lang! Bleib hier! Nicht! Komm zurück! Halt! Nein! Schnuffi, bei Fuß! Komm zurück! Die werden wir niemals wieder einholen. Gerade noch so. Was war das? Schnell! Oh nein! Dad! Bist du verletzt? Nein! Nichts passiert! Aber ich komme nicht raus! Die verflixte Tür! Feuerwehrmann Sam kriegt die wieder auf. Das auch noch. Ich habe mein Handy vergessen. Ich weiß was. Wir schicken Schnuffi los. Ähm, los, hol schnell Hilfe, Schnuffi. Weißt du? Nee, 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 nee. Sam, beeil dich! Sam hatte recht. Schnuffi ist ein wirklich klasse Rettungshund. Aber überhaupt kein Hirtenhund. Schnuffi, was willst du denn hier? Wo sind Mandy und Norman? Stimmt irgendwas nicht? Ich sage Feuerwehrmann Sam Bescheid Oh, ich bin der Geist von Pontypenny Hallo Norman Ach, ihr seid gemein Mandy hat euch sicher gesagt, dass ich es bin Ja, ich habe gewonnen Ich habe deine Mom erschreckt, aber du bist ja noch niemanden Ha, aber Halloween ist doch nicht vorbei Jetzt zünden wir die Kürbislaterne an Oh, na endlich Oh, also das ist wirklich gruselig So etwas Gruseliges kriegst du niemals hin, Norman Ha Ich glaube, dein Dad wird draußen gleich das Feuer anzünden Hurra! Ich werde den Kürbis in einen Geist verwandeln Perfekt Wann kommen die anderen denn endlich? Ich habe schon solchen Hunger Ach, die kommen schon noch, Mandy Ich weiß, Norman kann uns doch so lange seine Geistergeschichte erzählen Na gut, aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ganz in echt passiert Na klar, Norman, jetzt erzähl schon die Geschichte Es war eine dunkle und stürmische Nacht Halloween Der Geist von Pontipendi wanderte mit seinen klappernden Ketten durch die leeren Gassen und heulte Das klingt aber mehr nach einem Seehund Der ganz in weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte Dieses Haus Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer Und dann ging er rüber zum Fenster und dort nahm er dann seinen Kopf ab Norman, du bist ein Spaßvogel Und dort steht der Geist jetzt auch Und er starrt euch alle an Na los, wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um Na gut Oh nein Oh nein Der Kürbis brennt da Ruf Feuerwehrmann Sam Oh, ein Feuer im Haus von Mike Flatt, oh je Ein Feuer im Haus der Flatt, beeilt euch Geht es um Mikes Halloweenfeuer, Sir? Ich fürchte, das Feuer ist außer Kontrolle geraten Wir wollten nach Dienstschluss auch auf die Halloweenparty gehen Also, dann könnte ich doch auch gleich mitkommen, nicht wahr? Wir fangen jetzt damit an, die Kisten einzusammeln und zu sichern, Tom Schau du bitte, ob du noch mehr entdecken kannst Alles klar, Sam, schon unterwegs Eins, zwei, drei Sam, bitte kommen Da dümpeln doch ein paar Kisten genau südlich von euch rum Verstanden, Tom Und wie ist die Situation am Strand? Bestens, Elvis und Charlie haben alles unter Kontrolle Ähm, äh Hier sind wir aber schon mal lang gekommen Mr. Evans sagte doch, wir sollten seiner Nase folgen Aber anscheinend weiß seine Nase den Weg überhaupt nicht, was? Aber was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt, James, machen wir natürlich unser Picknick Ich wusste, dass euch das gefallen wird Na denn, wer von euch hat das Essen? Wir dachten, sie hätten es Ich? Nein, aber ich doch nicht Oh, das ist der blödeste Ausflug aller Zeiten Halt, 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 halt Wir verlieren doch nicht die gute Laune Wir haben immer noch Spaß, oder nicht? Aber wir haben überhaupt nichts zu essen Pah, wer braucht schon was zu essen? Ich zeige euch, was neue Kraft gibt Oh, er denkt an seine Ukulele, aber vergisst das Essen mitzunehmen Und die Pendipfadfinder sind wir Ganz kühn und wild, das ist mein Elixier So ruft es dreimal laut heraus mit mir Kommt, Kopf hoch, alle zusammen Und die Pendipfadfinder sind wir Juchey Gut, ich denke, das war's soweit Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit Das habt ihr wunderbar gemacht Es gibt Tee? Mh, und Kekse auch Na kommt, Pfadfinder, sicher Ich habe die Karte verloren und ihr habt das Essen vergessen Hey, sie haben das Essen vergessen Aber wir haben viel Spaß, nicht wahr? Tja, ähm, ihr werdet euch freuen Ich habe das Beste bis zum Schluss aufgehoben Tadaa Toll Eine Seilbahnrutsche Hihi, na, ich sagte doch, dass wir Spaß haben würden Sam hat das vorhin eingerichtet, um euch zu überraschen Ich will aber zuerst Nein, ich will zuerst rutschen Mr. Evans, wenn jemand zuerst rutscht, dann ich Ich weiß nicht Wenn Sam jetzt hier wäre, würde er uns das zuallererst vormachen Äh, würde er? Auf jeden Fall Ein guter Pfadfinderleiter sollte immer vorausgehen Sie haben doch keine Angst, oder Mr. Evans? Sollten Sie die haben, würde ich zuerst da lang rutschen Und die Leitung übernehmen Nein, Norman Ah, ich tue es Hallo Was willst du denn wohl hier? Du bist hier angespült worden Nicht wahr? Und deine Mutter ruft dich Keine Angst, ich rette dich schon Der Strandsucherwettbewerb ist jetzt sowieso nicht mehr wichtig Ich brauche dringend Hilfe, Norman Ich habe gerade einen Wal gefunden Ja, klar Und ich gerade eine Meerjungfrau Sieh es endlich ein, Mandy Ich bin der König der Strandsucher Oh, was ist denn los, Mandy? Ich, ich habe am Strand einen Wal gefunden Was? Soll das etwa heißen, nicht im Wasser? Genau Die Flut hat ihn wahrscheinlich an Land getrieben Wir müssen ihn feucht halten Und irgendwie zurück ins Wasser bringen Er ist aber riesig Dann brauchen wir auch riesig viel Hilfe Ich rufe Feuerwehrmann Sam Seid ihr alle bereit? Und lächeln Das geht vor, Trevor Ein Wal liegt auf dem Strand Gestrandet Gestrandet? Mandy hat einen gestrandeten Wal gefunden Ihr müsst euch beeilen, Sam Klingt, als würden wir Venus dafür brauchen Kannst du uns folgen, Penny? Selbstverständlich, Sam Wir müssen sehr schnell sein, Elvis So ein Wal gehört unbedingt ins Wasser Und auf keinen Fall an den Strand So ist das, Trevor Ein Feuerwehrmann hat eben niemals frei Außer er hat Er hat mal frei Zu dumm Ich hatte mich sehr gefreut, von euch allen ein Foto zu machen Ach, es ist wohl kaum möglich, ein paar Fotos von Ihnen zu schießen, oder? Es, äh Ich glaube, so ein paar Schnappschüsse werden schon gehen Jetzt gucke ich mir mal an, wie viel Mandy wirklich gefangen hat Abgesehen von dem Wal Ein Krebs, ein Seestern und sonst nichts Ah, ein Hai! Sam ist da Schnell, Sam Der Wal braucht Hilfe Los, Penny Du fährst mit Venus vor Und du führst uns hin, Mandy Hoffentlich hält der Wal noch so lange durch Bestimmt, Mandy Das haben wir gleich Da ist der Schatz Und er ist völlig unbewacht Ich sag's ja Jungs sind die besseren Piraten Lass uns den Schatz plündern, James Ist schwerer als eben Los, wir bringen ihn zum Schiff, James Das war eine tolle Idee, Mandy Ja Die werden einen schönen Schreck kriegen, wenn sie den Korb aufmachen Kapitän Sarah Sollten wir wirklich allein rausfahren, Käpt'n Norman? Klar Die See ist doch ganz ruhig Und hier draußen kriegen die Mädchen uns niemals So machen echte Piraten das nun mal Naja, aber ich bin schon so müde Ja, ich auch Ja Also werde ich jetzt mal ein Piratenschläfchen halten Jetzt lauf nach Hause Hopp, hopp Hallo, Sir Haben Sie einen neuen Freund? Nein, Sam Er ist mir zugelaufen Der kleine Tiger hält sich für eine Feuerwehrkatze, Sam Na komm, Tiger Ich bring dich heim Tiger, nein! Schnüffler, tut dir doch nichts Oh je Eine echte Meisterleistung Ich hole ihn da schon wieder raus Hier, Kitty, 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 Kitty Wir bräuchten was zu fressen, um Tiger rauszulocken Gute Idee, Sam Ja, irgendwas mit Fisch Hervorragend Aber ich war gar nicht einkaufen Der Kühlschrank ist ganz leer Nein Haben Sie vielleicht etwas mit Fisch, Sir? Äh, naja, ich hätte da wohl noch mein Thunfisch-Sandwich, nehme ich an Oh, Zeit für das Picknick Oh, Steine Norman, wach auf! Äh, was? Kein Wunder, dass der Korb so schwer war Diese doofen Mädchen haben ihn mit Stein gefüllt Jetzt vergiss doch mal das Picknick Wo sind wir? Wir müssen von der Küste weggetrieben sein, als wir schliefen Alter! Jungs sollen bessere Piraten sein als Mädchen? Pah, ob sie die Steine schon gefunden haben, Kapitän Sarah? Klar, aber ich kann die beiden nirgendwo im Hafen entdecken, Mandy Sie müssen weit aufs Meer hinausgefahren sein Na, ihr Piraten, habt ihr schon Schiffe entdeckt? Nein, Dad, das ist ja das Problem James und Norman sind irgendwo da draußen auf dem Meer, in ihrem kleinen Boot Oh, nein! Sir, habe ich da vielleicht einen Pickel auf der Nase? Ich sehe nichts, scheint völlig... Quiddlington, du sollst dich auf deine Arbeit konzentrieren und nicht auf deine Nase Arbeit? Ha, vielleicht bin ich ja gar nicht mehr so lange Feuerwehrmann Was? Du willst kein Feuerwehrmann mehr sein? Trevor sagte, dass ich vielleicht ein Superstar werde Gut, aber denk dran, hier auf der Feuerwache bist du zuallererst mal ein Feuerwehrmann Wenn du heute Abend im Fernsehen auftrittst, grüßt du dann deinen alten Freund Hauptfeuerwehrmann-Stil? Also, ich glaube, er flog da lang Dann sehe ich gleich mal nach Und ich werde mich mal ums Essen kümmern Oh, ein Gewitter! Wir sollten zurückgehen Und was ist dann mit unserem Essen? Aber das Essen ist doch jetzt nicht so wichtig, Norman Aber Sie haben den Vogel noch gar nicht fotografiert Tja, vielleicht beim nächsten Mal Komm mit Tja, und jetzt geht's auf ins Fernsehstudio Wenn Quiddlington die Feuerwehr tatsächlich verlässt, müssen wir wohl einen Ersatz für ihn finden, Sam Hat er denn wirklich gesagt, dass er geht? Naja, er sprach davon, dass er vielleicht nicht mehr lange Feuerwehrmann sein wird Er will stattdessen ein Superstar werden Das sieht übel aus Ich rufe lieber Hilfe Es wäre sehr schade, wenn Elvis geht Oh, äh, ein Moment, Sam Ein Baum wurde vom Blitz getroffen Wir müssen uns beeilen, sonst wird daraus noch ein richtiger Waldbrand Ich werde Tom anrufen Gute Idee, Sam Nur dumm, dass Quiddlington nicht hier ist Wir könnten jetzt jede Hilfe gebrauchen Wo bleibt denn der Bus? Hi, kann ich ein Autogramm von dir haben, Elvis? Oh, klar, James Oh, du hast dir ja auch ein Autogramm von Sam geholt Ja, Sam rettet Menschen, er ist ein Held Und er darf immer mit Jupiter herumfahren Schade, das kannst du ja jetzt nicht mehr, Elvis Äh, nein Da hast du wohl recht Ähm, ich glaube, der hier ist genau richtig, Delis Oh, eine sehr gute Wahl Weiter Sagtest du vorhin nicht, dass du auch noch Hemden bügeln musst? Ähm, ja, das stimmt Also, ich hab da was ganz Neues reinbekommen Und zwar ein wirklich fantastisches Bügelspray Es duftet nach Sommerwiese Pass mal auf Ach, was für ein herrlicher Duft Riechst du das, Sam? Mh Hi, Sarah Wenn du mal was richtig Cooles sehen willst Dann musst du mit um die Ecke kommen Äh, na gut Na dann komm Warte Erstmal muss ich Butler irgendwo festbinden Ist ja nur ganz kurz Das ist Mike Klingt, als wäre er in Schwierigkeiten Verflitschter Funkenflug Hilfe, holt mich hier runter Ganz ruhig, Mike Ich muss nur die Leiter holen Warte, ich halte ihn fest, Sam Gut gemacht, Trevor Ich kann mich nicht mehr lange halten Mike, Mike Geht's dir auch gut? Ja, alles klar Ja, mir geht's gut Dank Sam hier Da hast du aber Glück gehabt Hast du die Regenrinne denn nun repariert? Und? Wie findest du das? Ist das alles? Ähm, oh nein Das ist längst nicht alles, Sarah Ähm Mike braucht jetzt eine schöne Tasse heißen, süßen Tee Wenn sie schon mal dabei sind, nehme ich auch einen Tillis Nanu Oh nein Ich habe die Handbremse nicht angezogen Bleibt hier Recht vielen Dank, Sam Gut, dass du heute frei hast Denn sonst wärst du ja nicht da gewesen Und jetzt? Tja, ähm Schau her Oh je Ach, was für eine riesen Aufregung Aber ich muss jetzt weiter Ja Ich habe auch noch so einiges zu erledigen, Mike Hilfe Wir haben es hier also eigentlich gar nicht mit einem echten Notfall zu tun, Gwendoline Tut mir leid, Sam Ich weiß auch nicht, wieso Tiger ständig von zu Hause fortlaufen muss Aber Katzen sind doch dafür bekannt, dass sie einfach mal ein paar Tage verschwinden Er könnte sonst wo sein Da draußen Ganz allein Also, ich werde meine Augen nach ihm offen halten Wenn er Hunger hat, kommt er sicher wieder Ja, da hast du sicher recht, Sam Bei Hunger fällt mir ein Ich muss noch Essen für die Zwillinge machen Die müssten jeden Moment von ihrem Schulausflug zurück sein Bis dann Ach, das bringt auch nichts Noch ein paar Versuche und die Batterie ist leer Ich will nach Hause Und wenn uns nun keiner hilft? Was dann? Was sollen wir dann nur essen? Oh, also daran hatte ich noch gar nicht gedacht Jetzt gibt es wohl nur noch eins Ich gehe los und hole Hilfe Bevor es noch dunkler wird Aber Trevor, sie können da nicht alleine rausgehen Wenn sie sich nun verirren Oder wenn das wilde Tier sie schnappt Ja Also in meinem Reiseführer steht Man soll ein liegen gebliebenes Fahrzeug nie verlassen Man soll zusammenbleiben und auf Hilfe warten Es könnte Stunden dauern, bis uns jemand findet Und ich habe Bärenhunger Kein Tiger Und jetzt fehlen auch noch James und Sarah Wo stecken die denn nur alle? Oh, nur ein Vogel Oh, nur ein Vogel Oh, hallo? Hallo? Ist da wer? Reiß dich zusammen, Trevor Oh, meine Füße stecken fest Ah, ich stecke im Schlamm fest Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Hallo, ihr zwei Ist Tiger immer noch verschwunden? Es geht nicht mehr nur um Tiger, Charlie Die Kinder sind noch nicht vom Schulausflug zurückgekehrt, Charlie Aber der Bus müsste doch längst wieder da sein Ich rufe besser mal Feuerwehrmann Sam an Der Schulbus ist nicht vom Schulausflug zurückgekehrt Und es sind Kinder an Bord? Los, Trevor Evans und die Kinder von Pontypen Die sind nicht vom Schulausflug zurückgekehrt Jede Sekunde zählt Mir fällt der Name des Liedes nicht mehr ein, das ich singen wollte Im Titel kam das Wort Kartoffel vor Also, ich kenne keine Lieder über Kartoffeln Oder vielleicht war es auch Kohlrübe Hm Oh, ich finde meinen Gummistopf nicht Der muss doch hier drin sein Oh, aha! Puh, so Und jetzt der Türgriff Wo ist mein Schraubendreher? Hey, was ist das nur für ein Geräusch? Au, hey, was ist das denn? Oh, was soll ich denn jetzt nur tun? Alles klar, Sir Wir beginnen dann jetzt mit der Übung, ja? Oh, je, oh, weh Hilft mir Ich bin eine alte Dame, die hinter einer verklemmten Tür Gut, also Als allererstes müssen wir die alte Dame etwas beruhigen Was soll ich denn jetzt nur tun? Tja, und das heißt, wir müssen ihr die Angst nehmen Doch am allerwichtigsten ist, dass wir selbst ganz ruhig bleiben Und immer eins nach dem anderen angehen Tut mir leid, Sam Ich kann dich nicht hören Ich auch nicht Wie mach ich mich? Wirklich sehr gut, Sir Vielleicht ein ganz kleines bisschen zu laut Ich bin eine alte Dame in einer Notfallsituation Da muss ich doch schließlich laut sein Und jetzt genug geredet Rettet mich schon endlich Ich habe eine Idee Ich stelle den Hauptwasserhahn ab Äh, wo ist jetzt der Hauptwasserhahn? Oh, oh, richtig Der ist ja oben Ähm, oh, ich weiß Ich klebe das Rohr einfach zu Ja, was ist das denn jetzt? Ich klebe fest Aha Mit dem Eimer kann ich das Wasser rausschöpfen Oh nein Hätte ich die Tür nur vorher repariert Und jetzt sitze ich hier drin fest Eine Kartoffeln, zwei Kartoffeln, drei Kartoffeln, vier Fünf Kartoffeln, sechs Kartoffeln, sieben Kartoffeln hier Kartoffeln, die sind lecker Fast so sehr wie es Papier Ja, äh, doch wirklich sehr hübsch, Tillis Das ist seltsam Eigentlich wollte Mike längst hier sein, um sich auf sein großes Duett mit Elvis vorzubereiten Dann kann ich ja weiter singen Vielleicht sollten wir lieber mal nach ihm sehen Er wollte im Keller ein undichtes Rohr für mich reparieren Oh, ich glaube, das mit dem undichten Rohr ist schlimmer geworden Mehr nach links Mehr nach rechts Soll ich hochkommen und helfen, Sam? Danke, das letzte Stückchen schaffe ich auch noch, Sir Nur keine Sorge, Mike Ich hole Sie da runter So schnell können Sie gar nicht gucken Was mich an den Vorfall erinnert Als wir mal eine Kirche evakuiert haben Nur wegen einer Blindschleiche Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor Oh, kannst du dich da nicht irgendwie herauswinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom Es liegt an seinen Ohren Oh, Norman, du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flö Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen Ja, ich habe natürlich mein extra dickes Unterhemd angezogen Ich muss Schluss machen, Mom Norman hat seinen Kopf in einem Gitter festgeklemmt? Ich bin gleich bei dir Vorsicht, eile mit Weile In der Ruhe liegt die Kraft Wie bitte? Ein weiterer Rettungseinsatz Jemand hat sich den Kopf eingeklemmt? Keine Sorge, damit werde ich allein fertig Oh, Herr Essayen, ihr braucht mich hier Oh nein, machen Sie nur, wir bringen das hier zu Ende, Sir Sam hat es geschafft, Dad ist gerettet Oh, vielen Dank, Sam Ja, danke, Sam Ähm, aber wo wir doch gerade hier sind Kann ich nicht schnell die Antenne wieder anbringen? Lassen Sie mich durch, geben Sie den Einsatzkräften Raum Norman Price Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Stil Bitte helfen Sie meinem Jungen Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt Ja Oh, nein, 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 nein Hilfe, ja, ich hänge fest Los, ziehen Sie Ja, nicht da dran, Mister Das liegt an seinen Ohren Die stehen noch mehr ab als meine Ach, das ist alles so lächerlich Richtige Hilfe muss kommen Es ist ein Unglückstag Mit mehr Pech als genug Geld verloren Der Zahnarzt hat Bohren Und mein Bein ging zu Bruch Mit einem Toaster muss man sehr vorsichtig umgehen Dad? Was denn? Wenn man eine Sache auf keinen Fall tun will Die aber alle anderen ganz toll finden Heißt das dann, man ist nicht cool? Mandy, um cool zu sein, musst du nicht das tun, was andere dir sagen Sondern du musst das tun, was du für das Richtige hältst Also, wer ist der coolste Daddy auf der ganzen Welt? Au! Kommst du raus zum Spielen, Mandy? Wieso? Damit du mich dann wieder ärgerst? Oh, verstehst du denn gar keinen Spaß? Jetzt komm schon! Geh nur raus und spiel mit Norman, Mandy Eins, zwei, drei, vier Wo ist nur die fünfte geblieben? Ich bin mir sicher, dass sie eben noch hier lag Hey Tom, bereit für die Kletterübung? Was? Tja, es gibt ein kleines Problem Eine der Leuchtraketen ist weg Was? Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, sie muss hier ja irgendwo sein Geh du nur schon vor und wir treffen uns dann bei den Klippen Soll ich dir wirklich nicht helfen? Nein, wirklich nicht, Penny Dann bis nachher, Tom Ja, bis nachher Okay, jetzt verstecke ich mich Mach die Augen zu und zähl bis 100 Eins, zwei, zwölf Hey, nicht schummeln! Zähl richtig! 19, 27, 34, 42, 47, 69, 76, 99, 100 Gefunden! Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy Norman, sieh dir das an! Eine Leuchtrakete! Wow! Diese Dinger sind echt toll! Wenn man sich verlaufen hat oder so Dann zündet man sie an Und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf Und dann kommt jemand und du wirst gerettet Wo hast du die denn gefunden? Sie lag da, da im Gras Cool! Zünden wir sie an! Was? Hurra! Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy Also ob das so eine gute Idee ist? Nein, das ist eine tolle Idee, ja Vielleicht sollten wir sie Feuerwehrmannsherrn geben Ach, jetzt sei doch keine Spielverderberin Komm mit! Ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können Ach, dieser Tom Wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an Er wird ja sicher jeden Moment hier sein Hier! Das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe Nur ich, du und die Rakete Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy, du klingst schon genau wie meine Mom Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht Mhm Dann können wir ja an Bord gehen Na endlich! Wo kommt denn der Rauch daher, Dad? Du hast die Glut doch eben wirklich gelöscht Nicht wahr, Charlie? Beim Kabeljauk-Café hat eine Mülltonne Feuer gefangen? Hm, sie rücken schon wieder aus Und ausgerechnet heute habe ich frei Aber ich muss hier den Garten in Ordnung bringen Entschuldigt, dass wir euch schon wieder rufen mussten Ach, kein Problem Ein Einweggrill hat das Feuer verursacht Ich hatte einen Eimer Wasser draufgekippt, damit er ausgeht Es ist immer besser, nochmal nachzuschauen Um ganz sicher zu gehen Äh, tschü! Weißt du, was du tun solltest, wenn ihr gleich auf der Wache seid, Elvis? Mach Penny einen schönen Becher heiße Zitrone Sehr gute Idee, Gwendoline Das Meer ist ganz leer, Dad Wir haben noch nicht mal einen einzigen Fisch Hm Wir versuchen es mal woanders Hey, da hat einer angebissen Oh, das muss ein Riese sein Alle zusammen Hoch damit Los, Gott Dad Irgendwas hat sich in der Schraube verfangen Oh nein Der Motor ist kaputt Aua Und mein Fisch ist weg Ich muss ganz schnell Hilfe rufen Schon wieder Ein Unfall auf hoher See? Oh, Familie Jones schon wieder Und jetzt? Ratet mal, wer uns ruft Die Jones Die ganze Familie ist in Seenot Also nichts wie los, Penny Ich glaube, dir geht es wirklich nicht gut genug für den Einsatz, Penny Meinen Sie nicht, ich sollte lieber hinfahren, Sir? Hoppa la pop, Quiddlington Dafür ist eindeutig Penny zuständig Sie ist unsere Expertin für Neptun Gut Ich erledige diesen letzten Einsatz Und dann gehe ich nach Hause Wie du meinst Unsere heutige Übung ist geradezu überlebenswichtig für den modernen Brandbekämpfer Tom Thomas wird uns in die schwierige Kunst des Abseils einführen Sehr gern Die Übung beginnt im obersten Stockwerk des Trainingsturms Hier, zum Boden, hier Alles unter Toms fachkundiger Anleitung Gute Idee, Sir Ich lerne gern was Neues Warum können wir denn nicht die Leiter nehmen? Kein Skateboard mehr? Ja, das Brett ist durch Jetzt haben wir nur noch zwei Stück Ich will ein neues Aber meine Mom kauft mir erst eins zu meinem Geburtstag Aber das dauert ja noch ewig Wieso wünschst du dir nicht einfach eins, Norman? Einfach wünschen? Ja, bei dem alten Wunschbrunnen, wo der Talweg verläuft Immer schon haben Menschen da Geld für Wünsche reingeworfen, hm? Der Brunnen muss voller Geld sein Bestimmt genug, um ein neues Skateboard zu kaufen Der Trick ist, ganz entspannt zu bleiben, um in gleichmäßigen Sprüngen an der Wand runter zu gleiten Und dieses Spezialseil gibt euch dabei ausreichend Halt Ganz schön hoch oben, Elvis, was? Das unten macht mir mehr Sorgen Na dann, wer will Ich will, Tom Gut Oh, klasse, Penny Ja, gut Erstklasse Toll Und jetzt? Ich versuche es, Sir Erste Sahne, Sam Ja, äh, erst sahne Äh, so, Quiddlington Zeig, was du kannst Sandwich, Norman? Äh, ich würde mich hier gern erst etwas umsehen Du wirst niemals ein großer, starker Junge, wenn du nicht deine Sandwiches aufisst Nein, Mom, ich bin ein großer, starker Junge Ach, und ich will mich jetzt umsehen So ungeduldig, was soll's Guten Appetit, Trevor Kappenpaste Wissen Sie, Dillis, ich, äh Wie kann ich da nein sagen? Äh, äh Ach, alles klar Ich muss da jetzt nur runterklettern und die Münzen einsammeln Und dann heißt es Hallo Skateboard Oh, gut Alles trocken Und auch nicht zu tief Ist doch Kinder Leicht Ah Hallo Was soll denn das mal werden, wenn's fertig ist? Das soll überhaupt nichts werden, Norman Das ist Kunst Oh, ist das da dein Beitrag für die Blumenschau, Elvis? Überaus modern und gewagt Oh nein, das ist Hauptfeuerwehrmann Stils Tomatenstrauch Oder war es eben noch? Und wo sind die Tomaten hin verschwunden? Alle abgefallen, als ich ihn hingeworfen habe Das gibt bestimmt einen riesen Ärger Nur keine Panik jetzt, Elvis Ich bin schon in weit größeren Schwierigkeiten gewesen Ich wüsste, was zu tun ist Tja Bin ich ein Genie oder bin ich ein Mega-Genie? Ja, aber man sieht die Klebestreifen an den Tomaten doch ganz genau Das merkt keiner Man muss den Strauch nur hinter was ganz Großem und ganz Hässlichem verstecken Und ich wüsste auch genau, was das sein könnte Was für ein Prunkstück, hm? Das brodelt auch wie in einem Vulkan da drin Dann gräbst du den Kompasstaufen jetzt endlich mal um? Schließlich hat Sam vorhin gesagt, dass... Nicht jetzt, Mandy, ich hab keine Zeit Es wird nämlich allerhöchste Zeit, dass die Blumen- und Gemüseschau beginnt Also nun stellt sich das wieder vor Hast du so etwas schon mal gehört? Zu dumm, Gewinner-Tomate Du wirst den ersten Preis kaum noch gewinnen können Einen wunderschönen guten Tag Hallo Wo ist meine Tomatenpflanze? Oh, tja, ich habe sie im... im... im Schatten steht sie Damit sie keinen Sonnenbrand kriegt, Sir Oh, clever mitgedacht, Quiddlington Hallo zusammen Wo darf ich meine Küchenkräuter hinstellen, Mike? Hier vorn, Gwendoline Und wann wird Sam die Sachen begutachten? Er wollte noch die Schläuche in der Feuerwache aufrollen Doch er muss jeden Moment kommen Also dann, kommt jetzt alle mal her Ich möchte euch alle auf das Herzlichste zu meiner Blumen- und Gemüseschau begrüßen Danke, dass ihr hier seid Es war viel vorzubereiten, aber nun kann ich voller Stolz sagen... Dad! Dad! Der Komposthaufen! Jetzt doch nicht, Mandy Aber nun möchte ich mit Stolz feststellen, dass die ganze Arbeit... Oh nein! Da! Der Haufen! Er brennt! Oh! Das ist unglaublich! Oh! Holt Feuerwehrmann Sam! Äh? Was? Ein brennender Komposthaufen bei den Flats? Also niemals in geschlossenen Räumen Feuer machen Und wo ist Grillen sonst noch verboten? Penny! Zu nahe an einer Hecke oder einem Gebäude, Sir Man könnte sie in Brand setzen Hervorragend! Man will sie ja nicht abfackeln Diese saftige, butterzarte Grillwürstchen Verzeihung, Sir Aber wenn Sie doch immer zu von Würstchen reden Tja, äh, ja, ja Wo darf man sonst noch nicht grillen, Sam? Auf keinen Fall unter einem Baum Der könnte leicht Feuer fangen Ja, hervorragend Ist das nicht eine Freude? Es geht ja wohl nichts über ein richtiges Feuer Oh, Mann! Oh! Entschuldigung Kommt doch hier rüber, Dillis Solche Probleme gibt es bei meinem Supergrill nicht Seht mal her! Ist das toll? Absolut rauchfrei und gleich grillbereit Also, das ist ja viel besser Nun wartet! Der Qualm ist doch sofort weg Oh! Riesengarnelen schmecken ganz sicher super Wann kann ich endlich eine davon probieren? Keine Sorge, Sportsfreund Es geht gleich los Was machen die Würstchen? Fast fertig Seht ihr? Und sie riechen einfach unschlagbar Zubereitet auf einem richtigen Grill Oh, Trevor Vielleicht werden sie doch der Grillmeister von Pontypandy Na, wer möchte die Riesengarnelen probieren? Frisch schmecken sie am allerbesten Oh, das ging aber schnell, Tom Oh, ja Sehr schmackhaft Es ist Würstchenzeit Wow Dies ist eine ganz normale Gasflasche Einige Geräte verwenden Gas anstatt Kohle Um darauf diese saftigen, leckeren Würstchen zu klären Sollte man die Flasche nicht von offenem Feuer fernhalten? Ganz richtig, Sam Denn wenn sie zu heiß, können sie explodieren Dürfen wir jetzt endlich rüber zu dem Grillfest gehen, Sir? Also, wer ist der große Grillmeister von Pontypandy? Oh, das ist so schrecklich schwer zu entscheiden Ich habe noch Hunger Am besten ich esse noch mehr Dann kann ich genau sagen, wer hier der Grillmeister ist Da würden wir auch gern mitmachen Wir sind am Verhungern Kein Problem, Gwendolyn Ich grille euch viel schneller ein paar Riesengarnelen als Trevor seine Grillwürstchen Tja, das werden wir ja sehen Ich drehe mal das Gas weiter auf und schon grille ich noch schneller Tom, ist das nicht super? Als wenn das nur mit Gas ginge Ich muss hier einfach mehr Kohle auftun und schon grille ich gleich doppelt so schnell Da lache ich doch nur Ich drehe das Gas einfach weiter auf bis zum Anschlag Dann lege ich den ganzen Sack Kohle auf und lasse es schön glühen Denn dagegen kommt dein Gas nicht an Ich werde dir zeigen, wer hier der Grillmeister von Ponty Pandy ist Äh, ich glaube, das war ein bisschen zu viel Hä? Oh, oh nein Komm schon und mach endlich Irgendwo muss doch jemandem zu helfen sein Das ist offenbar der ruhigste Tag in der Geschichte von Ponty Pandy Keine Brände, keine Katze steckt im Baum Kein Norman Price Oh ja, das ist es bestimmt Nicht jeder Tag ist voll von Gefahren und Aufregung, Elvis Feuerwehrleute müssen mit allem klarkommen Auch einem Tag, an dem nichts passiert Du hast recht, Sam Aber wenn etwas passiert, bin ich zur Stelle und einsatzbereit Na bitte, wir sind schon fast am Strand Oh, wie schön In 300 Metern links abbiegen Nein, nein, nein Das ist doch blanker Unsinn Laut meiner Karte kann es da vorn nur nach rechts gehen Oh, geht das schon wieder los? Aus Feuerwehrmann Stil Ich fahre nun schon seit über 20 Jahren Bus Und ich habe noch nie... Und ich fuhr schon einen Löschzug, als Sie noch im Trittauto saßen Aus mit der Quasselkiste und rechts abbiegen Links Rechts Links Könnten sich die beiden Herren vielleicht mal einigen? Wir biegen links ab Es ist mein Bus, mein Navigationssystem Und ich bin immer noch der Fahrer Für alle gut festhalten Bitte ausscheiden Sie haben Ihr Ziel erreicht Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag Das kann nicht stimmen Festgefahren? Oh nein, da rührt sich nichts Mir ist ziemlich übel Tja, ich würde auch gerne etwas Nettes zum Besten geben Aber laut meinem Gezeitenkalender hier wird die Flut an diesem Küstenabschnitt unmittelbar jetzt einsetzen Ach du meinet Ich will nicht nass werden So viel zu den modernen Spielzeugen Ich verstehe das nicht Das Navi sollte garantiert fehlerfrei funktionieren Was wollen wir jetzt tun? Wir rufen Feuerwehrmann Sam Hier Dazu brauchen Sie dieses moderne Spielzeug Dankeschön Trevor Ja, das wurde auch Zeit Ruhig bleiben, Elvös Das wird eine Bewegungsprobe Krabbenzangenbucht Jede Sekunde zählt Schnell Penny Was ist passiert? Der Bus Festgefahren am Strand der Krabbenzangenbucht Und die Flut wird gleich kommen Alles klar Penny und ich fahren mit Jupiter Sag du Tom Bescheid, dass er uns dort treffen soll Kein Problem Sam Gut reagiert Elvis, wirklich gut Es wird doch noch ein Hauptfeuerwehrmann aus dir Hauptfeuerwehrmann Das klingt gut Vielleicht können wir ans Ufer schwimmen Auf gar keinen Fall Die Strömung ist viel zu gefährlich Wir warten hier auf Hilfe In 100 Metern anhalten und Tut mir ja leid Norman Aber ich kann nicht mit dir aufs Meer fahren Bitte Nein Ich muss heute das Ersatzruder lackieren Verstehst du? Im Notfall hält doppelt eben besser Denn wenn das Ruder auf meinem Boot kaputt geht Muss ich trotzdem irgendwie steuern können Aber ich kann das Ruder doch schon ganz toll bedienen Wenn ich es dir nur zeigen könnte, Charlie Flieg, mein Drachen Hier ist einfach nicht genug Wind für einen Drachen Ich versuch's mal auf dem Feld beim Haus der Platz Ich war richtig gut, Mom Das hat Penny auch gesagt Ach, mein kleiner Norman, der geborene Seemann Oh, na sowas, das stürmt ja richtig Bei viel Wind kann man prima segeln Hey, ich könnte ja dich mit ins Boot nehmen Du bist ein Erwachsene Und Penny sagt, mit einem Erwachsenen darf ich Och, bitte, Mom Bitte Hoppla, oh, Vorsicht, Norman Ich weiß, was ich tue, Mom Ja, du spritzt mich nass Oh, Norman Keine Panik, Mom Ich hisse jetzt das Segel Oh, Vorsicht, wir kippen gleich um Keine Angst, Mom So, das Segel ist gehisst Ich bin richtig gut, was? Oh, wir kippen um Hilfe Wir kippen um, Norman Schon gut, Mom Das gleiche ich mit Rudern wieder aus Oh Oh, jetzt sieh nur, was du angestellt hast Oh, Norman Bring mich wieder an Land Er wird ganz schlecht in diesem Boot Ich begreif das einfach nicht Warum will er nicht fliegen? Tja, Wind ist genug da Sollen wir vielleicht helfen? Hauptfeuerwehrmann Stil? Ja, nein Ich brauche keine Hilfe, Kinder Ich teste nur, äh, was dieser Drachen hier so alles kann Das kann ich Ihnen zeigen Ja, meiner Träume Oh, wir sind zu weit draußen Und es ist zu windig Oh Bring mich an Land, Norman Der Sturm wird uns noch umblasen So windig ist es doch gar nicht, Mom Beruhige dich Oh, aber jetzt fahren wir ja im Kreis herum, Norman Das liegt daran, dass ich nur einen Ruder habe Oh, ich glaube, mir wird gleich schlecht Hast du den Schlüssel schon, Elvis? Nein, Sam Es passt nur der kleine Finger rein Da komme ich nicht tief genug Cridlington Was soll das denn werden? Mir ist mein Schrankschlüssel in den Abfluss gerutscht, Sir Ich kriege ihn nicht wieder raus Hm Wenn mir wieder erwarten, mal etwas in den Abfluss rutscht Binde ich einen Haken an ein Band Und hole es raus Das ist eine sehr gute Idee, Sir Diese Blumen sind ja ganz in Ordnung Nur sind es keine Pontipendi-Feilchen Pontipendi-Feilchen? Was ist denn das? Ach, das sind bloß Moms super Lieblingsblumen Wie gern sie doch zur Teezeit welche davon auf dem Tisch stehen hat Aber ich bin ja so beschäftigt mit Schuhe putzen Dann muss ich sie eben für sie besorgen Wie nett Aber dafür muss man ganz hoch in die Berge gehen Oh, das ist ja echt dumm Darum habe ich dir eine Karte gemalt Oh, ähm, ist ja klasse Ja, ja, halt dich schön ran Dann bist du zur Teezeit wieder da So, es geht los Wartet Ich habe ihn Äh, leider bloß ein furchtbar ekliges Stück Salat Ich glaube, was wir hier jetzt langsam brauchen Ist ein bisschen Teamwork Pass auf, Penny Ich werde leuchten Und du sagst Elvis, wohin er den Haken drehen soll Etwas nach rechts Nein, 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 zu weit Links rum Langsam Ja, du hast ihn Jetzt ganz vorsichtig hochziehen Ja Gleich gibt es leckeren Kuchen Vielleicht habe ich mich etwas verlaufen Welcher Weg wohl der richtige ist An dem Baumstamm bin ich doch schon vorbeigekommen Einen Moment mal Das sieht wie eine rote Blume aus Ah, nur ein blödes Stück Stoff Äh, uh, 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 uh Hilfe! Hallo! Ich zeige mal, wie ordentlich Derek ist Ist doch kinderleicht Halt mal Stinkbomben Eine falsche Fliege Und wenn ich mich nicht komplett irre Eine Springschlange Der Klassiker Kleiner, böser Derek Hinter seiner langweiligen Strebermaske Ist er genauso drauf wie ich? So übel ist er anscheinend doch nicht Hoffentlich kommt er bald wieder Damit wir damit spielen können Aber... Denn er ist kein Brand Ja, Feuerwehrmann Sam Dafür ist er bekannt Ja, Feuerwehrmann Sam Was immer dich bedroht Ja, Feuerwehrmann Sam